Liebe Leute, folgend geht es um bewegende Zuschauerfragen zum Thema Krieg und Frieden und die Reaktion der Politiker darauf, wie die Politiker, wie sie schnell aufklären könnten. Was aber wahrscheinlich auch mangels Wissen nicht möglich ist. Also ich habe es gerade persönlich festgestellt, dass auch bei Abgeordneten das Wissen teilweise nicht vorhanden ist. Einfach weil bei den Leuten die Zeit nicht da ist und es in den meisten Medien, auch in vielen alternativen Medien, nicht transportiert wird und man es auch vergisst, es in den Hintergrund gedrängt wird. Also ich musste mir jetzt beispielsweise auch zu den Vorfällen 2022, vor allen Dingen bei den Verhandlungen von Istanbul, das Thema Butscha, musste ich mich auch in Erinnerung rufen, wie die Abläufe waren. Ich habe es einfach vergessen. Oder überhaupt bei der Recherche bin ich dann auch drauf gestoßen, was für unglaubliche Vorgänge seit 2014 in der Ukraine vorgefallen sind. Und dass das die Medien nicht thematisiert haben. Aber man ist dann auch selber, die Propaganda in der Hinsicht wirkt, dass wenn man es nicht hört, es bei einem selbst in den Hintergrund, sich in den Hintergrund drängt. Auch aus meiner Sicht die folgenden Zuschauerfragen, sie waren eine Steilvorlage. Das Sendungsvermord war besonders, weil es fair war tatsächlich. Aus meiner Sicht, ich habe noch nichts anderes entdeckt. Die Moderatoren haben nicht unterbrochen und bei den Mitdiskutanten waren die Mikrofone abgestellt, wenn jemand anderes geredet hatte. Also es war hier die perfekte Möglichkeit, sehr gute Antworten zu geben. Mein Name ist Annelie Manzel aus Dortmund und ich habe an Sie, Frau Badi, eine Frage bezogen auf Europa. Und insgesamt bei der SPD scheint das Thema Frieden schaffen ohne Waffen absolut nicht mehr relevant zu sein. Und ich würde gerne wissen, was in der Europäischen Union getan wird, um von diesem militärischen Faktor, der in aller Munde ist, der auch massiv kommuniziert wird, der weiter von mir aus kommuniziert werden kann, aber das Thema Verhandlungen mehr in den Vordergrund kommt. Also das fehlt ungemein. Wir haben alle Angst. Ich glaube, da darf ich für alle sprechen. Nein, nicht nicht. Gut, dann lasse ich das sagen. Da sprechen Sie für sich, aber stellen Sie Ihre Frage, bitte. Also ich spreche vom Thema Angst und hoffe, dass es auf dem Weg der Verhandlungen zu Lösungen kommt. Und ich bitte, davon abzusehen, die Plattitüde, die wir immer wieder hören, Herr Putin will nicht verhandeln, nicht uns jetzt als Antwort zu geben, sondern wirklich mal Strategien, Verhandlungsstrategien aufzuzeigen, die es vielleicht doch möglich machen, zu verhandeln. Ja, also den Krieg Putins in der Ukraine, den hätte sich keiner von uns gewünscht. Ich bin in meiner Jugend auch auf Friedensdemos gewesen, mehr als genug. Und ich hätte mir auch nicht träumen lassen, dass die Europäische Union einmal selber Waffenlieferungen unterstützen muss. Ich sage muss, denn das ist ein widerrechtlicher Überfall Russlands auf die Ukraine gewesen. Ich hoffe, da sind wir bis zu dem Punkt sind wir uns auch einig. Und die Ukraine hat das Recht, sich zu wehren. Und Putin macht das ja auch nicht zum ersten Mal. Er hat das ja vorher schon gemacht an verschiedenen Stellen, sich von anderen Ländern ein Stück abzuschneiden, abzuknabbern. Und er tut das gegen alle Konventionen, die er auch selber unterschrieben hat. Ich will gerade für die Ukraine das Budapester Memorandum nennen. Die Ukraine hat über Atomwaffen verfügt, nach dem Zerfall der Sowjetunion, und hat diese Atomwaffen abgegeben im Gegenzug für Sicherheitsgarantien. Und neben anderen Ländern hat auch Russland diese Garantie abgegeben, bitte gebt eure Atomwaffen ab, damit hier nichts Unkalkulierbares passiert. Und dafür garantieren wir euch, auch wir Russland, dass eure Grenzen unverletzlich sind. Das hat er gebrochen. Und wir müssen uns ja auch klar darüber sein, dass Putins Ziel, wenn man ihm zuhört, man muss ihm ja nur zuhören, was er zu Hause erzählt, ja nicht alleine die Ukraine ist. Sondern es ist die ganze, also nicht nur das Land, es ist die ukrainische Kultur, die ukrainische Identität. Deswegen hat er ja auch Museen, Theater und so weiter beschossen. Und am Ende ist es die Demokratie und die Freiheit. Und deswegen bin ich der festen Auffassung, dass es richtig ist, der Ukraine beizustehen, auch indem wir sie militärisch unterstützen. Davon bin ich fest überzeugt. Ich bin der... Keiner von uns will das. Jeder will, dass der Krieg aufhört. Aber wenn ich höre, ich kann das Sterben nicht mit ansehen, das Sterben muss aufhören, dann will ich Ihnen sagen, was eine alte Frau mir in Kiew gesagt hat, mit der ich gesprochen habe. Sie hat gesagt, dieser Krieg ist entsetzlich. Wir leiden und unsere Kinder sterben. Aber wenn wir das aushalten, dann müsst ihr das auch aushalten können. Es ist nicht an uns zu sagen, ihr müsst jetzt die Waffen niederlegen. Und die diplomatischen Bemühungen, die gibt es ja. Es gibt doch die Gespräche. Was meinen Sie denn, woher der Gefangenenaustausch in der vergangenen Woche kam? Was meinen Sie denn, woher die Getreideabkommen kommen? Was meinen Sie, woher die Gespräche über das Atomkraftwerk Saporizia und dessen Sicherheit kommen? Da finden ja Gespräche statt. Und es wird jetzt auch eine Konferenz geben in der Schweiz. Also es gibt diplomatische Bemühungen. Aber die diplomatischen Bemühungen dürfen nicht dazu führen, dass man der Ukraine sagt, ihr müsst euch unterwerfen. Und wann dieser Zeitpunkt da ist, das bestimmt die Ukraine... Auch bei dem Thema Krieg und Frieden auch sicherlich in Europa. Die nächste Frage von Ihnen... Ganz dort hinten habe ich jetzt jemanden gefunden. Ganz dort oben der Mann mit dem grauen Sakko, bitte. Genau. Ja, hallo. Mein Name ist Arndt Markert. Ich komme aus Rudolstadt. Und ich habe vorhin, also Frau Warleys Rede jetzt mit verfolgen dürfen. Und es ging ja darum, dass Sie sagen, wir müssen der Ukraine helfen. Und es wurde gerade von den jungen Leuten geklatscht. Und jetzt meine Frage. Es gibt keine Wehrpflicht mehr. Die ist ausgesetzt. Und die Diskussion, eine neue Wehrpflicht einzuführen, die ist lauter geworden. Und witzigerweise geht es darum, dass die Mädchen, die jetzt vor mir sitzen, der junge Mann, zur Armee sollen, unser Land verteidigen sollen, als Kanonförder morgen vielleicht in der Ukraine schon sterben sollen. Mit einem europäischen Heer, mit der Bundeswehr. Und meine Frage nochmal, könnte das wirklich mit Ihren Gewissen vereinbaren, die jungen Leute, die Sie gerade hier sehen, einzuziehen, wegzuschicken als Kanonenfutter? Ich darf aber jetzt... Ich nehme Sie gerne. Also nur, dass Sie mir nachher nicht vorhören, ich würde zu viel reden. Dann nehmen wir auch Herrn Dimasy, bitte, greifen Sie zu. Jetzt zu der Frage der Wehrpflicht. Ich bin der Auffassung, dass es eine Phantomdebatte ist. Es gibt ja nicht einmal mehr die Kasernen, die sind zurückgebaut worden, weil man nämlich vor Jahren sich überlegt hat, und man will ja auch eine professionelle Interventionsarmee, was ich übrigens falsch finde. Deswegen halte ich das für eine Phantomdiskussion. Worüber wir aber sprechen müssen, ist, wie wir Frieden gewinnen. Und der Krieg in der Ukraine ist ein furchtbarer, völkerrechtswidriger Krieg. Darin gibt es überhaupt keine Zweifel. Aber Kriege haben auch eine Vorgeschichte. Und man ist nicht ein Putin-Versteher, wenn man, wie zum Beispiel der Sicherheitsberater von Präsident Obama, Charles Kuppchen auch sagt, auch die Ausdehnung der NATO und die Perspektive des NATO-Beitritts der Ukraine hat eine Rolle gespielt bei dieser Eskalationsdynamik. Er hat wortwörtlich gesagt, er hält das für einen großen Fehler. Und deswegen ist ja jetzt die Frage, wie wir den Krieg beenden. Und ich glaube nicht, dass wir ihn über Waffenlieferungen beenden werden, weil die Waffen muss jemand bedienen. Und es gibt hunderttausende junge Ukrainer, die sich der Wehrpflicht entziehen, weil sie nicht in den Schützengräben landen wollen. Und deswegen ist die Pflicht der Politik, jede diplomatische Möglichkeit auszuloten, mit Sicherheitsgarantien für die Ukraine, aber eben auch mit einem Verzicht auf den NATO-Beitritt, so wie Joe Biden jetzt gerade gestern gesagt hat, er sei gegen die NATOisierung der Ukraine. Warum haben wir diese Gespräche nicht vor in aller Klarheit geführt? Herr Stoltenberg, der NATO-Generalsekretär, hat selber gesagt im Europäischen Parlament vor einigen Monaten, dass es ein Angebot damals gegeben hätte, einen Gesprächswunsch von Putin auf den NATO-Beitritt zu verzichten. Und man hätte das selbstverständlich abgelehnt. Warum diskutieren wir jetzt all diese Fragen, nachdem sich die Leichenberge stapeln? Das finde ich eine unverantwortliche Politik. Um mal bei der Frage zu bleiben, ich höre raus, Sie lehnen die Wehrpflicht in Deutschland im Grunde genommen ab. Ich würde die Frage gerne weiterreichen, um bei dem Thema zu bleiben, das der Zuschauer aufgeworfen hat. Herr Kaspari, bitte. Ja, ich muss offen sagen, ich bin entsetzt, Herr De Masi, wie Sie das darstellen, was wir im Moment erleben. Klar ist doch, wenn die Ukraine die Waffen niederlegt, dann ist die Ukraine am Ende. Und wenn Putin die Waffen niederlegt, dann ist der Krieg zu Ende. Und deswegen gilt als allererstes... Wir sagen, wir wollen die Verhandlungsbereitschaft von Putin austesten, indem wir sagen, wenn er sich an den Verhandlungstisch setzt, wenn wir den Konflikt einführen, wie es der SPD-Fraktionsvorsitzende Mütze nicht im Bundestag gesagt hat, dann könnten wir sagen, wir liefern keine Waffen mehr. Aber sich jetzt hier hinzustellen und zu sagen, natürlich, wenn Putin aufhört anzugreifen, ist der Krieg vorbei, aber er wird das offenbar nicht tun. Und es gibt eine komplexe Vorgeschichte für diesen Konflikt. Und deswegen ist es politische Verantwortung, sich darum zu kümmern, dass wir jetzt eine Feuerpause bekommen und das Sterben endet. Alles andere ist eine unverantwortliche Politik, denn es sind die jungen Ukrainer und die jungen Russen, die in diesem Schützengräben sterben. Herr De Masi, wir kommen doch jetzt aber genau zu dem wesentlichen Kern. Nämlich, wenn Sie sagen, ein freies Land wie die Ukraine darf nicht selbst entscheiden, ob es Mitglied der Europäischen Union werden möchte oder ob es Mitglied der NATO werden möchte, sondern da muss man erst in Russland oder woanders nachfragen. Wir haben ein Selbstbestimmungsrecht der Völker und das tritt Putin mit Füßen. Und der Angriff, den er hier macht gegen die Ukraine, der geht doch am Ende im Zweifel auch gegen uns. Wenn man weiterhört, Frau Barley hat doch darauf hingewiesen, wie Herr Putin doch klar gesagt hat, was sein weiteres Ziel ist. Im Zweifel, er hat jetzt die Grenze nach Estland verschoben. Er hat Finnland infrage gestellt. Er hat öffentlich angekündigt, dass er im Zweifel im Baltikum weitergehen möchte. Wir weiten diesen Konflikt ja aktuell aus. Und selbstverständlich darf die Ukraine den Wunsch äußern, der NATO beizutreten. Aber das heißt ja nicht, dass es automatisch sinnvoll ist, dass die übrigen NATO-Länder dem zustimmen. Das haben wir auch in der Vergangenheit nicht. Es ist Joe Biden, der das gestern ausgeschlossen hat. Und wenn morgen chinesische Soldaten in Mexiko stehen würden, würde das selbstverständlich auch zu konflikten. Herr De Masi, ich weiß nicht, wo wollen Sie hin? Deswegen geht es um die Frage, ist das eine sinnvolle Konflikt? Wenn wir nur das Wahlprogramm anschauen, das Sie schreiben, dann sagen Sie, aber er ist doch genau gegen das, was uns in Deutschland im Zweifel absichert. Nämlich er sagt doch, er möchte die Ukraine im Zweifel an Russland ausliefern. Er sagt, wir sollen in der Europäischen Union das Thema Verteidigung nicht gemeinsam machen. So steht es in Ihrem Wahlprogramm. Sie fordern, dass die Amerikaner ihren Atomschutzschirm von uns in dieser Zeit, in der uns Putin mit Atomwaffen droht, abzieht. Und genau deswegen kommen wir jetzt zu Ihrer Frage. Es gibt einen Beschluss des Deutschen Bundestages, die ich lehre Teilhabe von allen Fraktionen im Deutschen Bundestag. Ja, vielleicht, da jetzt alle sich zu dem Thema geäußert haben, würde ich ganz gerne auch noch darauf eingehen. Ich wollte eigentlich noch die Frage beantworten. Es ist eine sehr eingeschränkte, sehr eingeschränkte Diskussion. Wir wollen eigentlich noch die Frage beantworten. Es ist eine sehr eingeschränkte, skurrile Diskussion, wenn sich nur zwei miteinander austauschen. Wir wollen ja die verschiedenen Positionen auch ran. Es ist ja auch im Interesse des Publikums hier. Wenn ich gerne auf die beiden angesprochenen Konflikte kurz eingehen könnte, ich stand nach dem fürchterlichen Terroranschlag am 7. Oktober... Ein wichtiges Thema war die Ukraine, wo sowohl AfD als auch BSW aus meiner Sicht immer wieder völlig versagen. Auch wenn es so aussieht, dass sie es scheinbar gut machen. Beide Parteien, also wahrscheinlich kann man René Aust und Fabio De Masi, beiden kann man wahrscheinlich keinen Vorwurf machen, weil das Vorgehen von den Parteispitzen so abgestimmt wurde. Und die Strategie ist immer die, man beschränkt sich auf die NATO-Osterweiterung. Man sagt, die NATO-Osterweiterung war ein Fehler vom Westen. Man sollte also... Es hätte eine komplizierte Vorgeschichte gegeben. Das hat Fabio De Masi gesagt. Und man hätte das also verhindern können, indem man verhandelt. Und man soll doch Gutdienstverhandlungsbereitschaft austesten. Das scheint erstmal eine gute Argumentation zu sein. Und wahrscheinlich, sie denken sich ein... Oder die Parteispitzen denken sich, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Also warum soll man denn mehr Argumente bringen, wenn das mit der NATO-Osterweiterung völlig ausreicht? Das Problem ist, dass die Leute durch die Medien rund um die Uhr emotionalisiert werden. Ich bin diesen ganzen Narrativen lange aufgesetzt. Sowohl mit Serbien... Ich habe das mit Serbien damals nicht verstanden. Dass das Geostrategie war und dass die Politikvertreter gelogen haben. So wie auch Katharina Barley hier Horrormärchen erzählt über Russland. Also einen Eindruck erweckt, Russland, ja, es wäre ein Barbaren. Es wären die reinsten Barbaren und uns würden bald Horden überfallen, wenn man denen nicht Einhalt gebietet. Diesen Eindruck erweckt Bild und hier auch Barley. Dieser Eindruck wird permanent erweckt durch die großen Medien. Und sie erreichen damit erstmal die Spaltung, die endgültige Spaltung und es besteht permanent Kriegsgefahr. Also Pistorius hat ja auch gesagt, bis 2029 muss Deutschland kriegstüchtig werden. Und jetzt geht es ja nicht nur darum, dass man sagt, man will jetzt mit Putin verhandeln, sondern es geht darum, dass die großen Medien der Täuschung überführt werden müssen. Weil nur das der Weg ist zu dauerhaften Frieden, zu Wohlstand. Also wenn wir weiterhin in Wohlstand leben wollen, dann brauchen wir die Ressourcen aus Russland. Das heißt, wir brauchen Freundschaft zu Russland. Und mit diesen großen Medien ist das nicht zu machen. Sie wollen die Feindschaft, oder was heißt, sie wollen jedenfalls die Leute, die hinter diesen Medien stehen, die kartellartig berichten, die kartellartig täuschen, was nachweisbar ist. Sie werden rund um die Uhr die Leute emotionalisieren, auf trickreiche Weise, dass man unbedingt sich vor Russland sich abspalten muss und Waffen liefern muss und so weiter und so fort. Was hätte man jetzt also tun können? Man hätte aufklären können, was passiert ist. Man hätte zum Ersten aufklären können, dass seit 2014 die Regierungen in der Ukraine narzisstisch und faschistisch sind. Das kann man sagen. Man kann sagen, man kann das für Quellen belegen. Und jetzt wird ein riesen Geschrei kommen. Das ist natürlich vollkommen absehbar. Und dem kann man vorbeugen, indem man das offenlegt, dass diese Emotionalisierung, dass diese emotionale Art von der Vorliegung von Strack-Zimmermann, dass es Heuchelei ist und dass es nur dazu dient, unterbrechen zu können. Also dass diese gespielte Emotionalität dazu da ist, ihm das Wort abzuschneiden. Das kann man im Vorfeld sagen oder wenn man wieder zu Wort kommt. Am besten gleich im Vorfeld das erklären, dass man jetzt gleich unterbrochen wird und dass die Emotionen gespielt sind. Man muss sich nicht scheuen, den anderen vorzuwerfen, dass sie heucheln. Man kann das sagen, das macht man, indem man sagt, ich glaube ihnen nicht. Ich glaube ihnen das nicht. Ich glaube nicht, dass sie glauben, dass wir rechtsextrem sind. Und ich glaube auch nicht, dass sie an das Narrativ mit Putin als Aggressor glauben, der uns bombardieren wird. Ich glaube es ihnen nicht, weil es faktisch keine Grundlage hat. Und ich glaube, dass sie auch wissen, dass es faktisch keine Grundlage hat. Und jetzt werden die anderen sagen, das ist ja unglaublich, das ist ja hier, sie sind hier ein Putin-Versteher und so weiter und so fort. Und wenn man es am besten ist, natürlich, man weiß es auswendig. Und ich muss das jetzt auch wieder nachgucken, mit Butcher. Aber man kann auch sagen, man kann es nachreichen. Man beharrt auf seinen Standpunkt und man sagt dann, es ist belegbar, wir können es nachreichen. Sie können es nachschauen. Aber am besten ist es, man greift sich jetzt ein Schlüsselereignis raus, wie Butcher. Und man erklärt dann, ich habe es mal vorformuliert, das muss man auswendig lernen. Also solche, ich habe auch diese Abläufe, das Problem ist ja, dass die großen Medien das nicht berichten und natürlich mit ein paar Monaten Verzug, man vergisst es. Und man kann jetzt folgendes mit Polnisch erklären. Es gibt klare Hinweise, die nahelegen, dass es sich bei Butcher um eine Inszenierung handelt. Es gibt bis heute keine Liste der Toten und keine offizielle Untersuchung. Dieser Satz allein sollte schon sitzen. Und wenn jetzt Nachfragen kommen, dann kann man weiter ausführen. Die Reaktion unmittelbar nach Abzug der Russen durch den Bürgermeister und Videoaufnahmen der Polizei und eines Bloggers sprechen klar gegen ein Massaker der Russen, sondern umgekehrt gab es zwei Tage nach Abzug eine angekündigte Säuberungsaktion von Komplizen Russlands durch die Ukraine. Man kann jetzt noch ausführen, dass der Verwesungszustand nicht gepasst hat und das weise Armbinden bei den Opfern vorzufinden waren, was sie als Sympathisanten Russlands kennzeichnen. Wenn jetzt weiter darum diskutiert wird, legt man in Kürze den Ablauf dar. Wie gesagt, das muss man auswendig wissen. Der Ablauf war folgender. Um die Verhandlungen in Istanbul zum Erfolg zu führen, zieht sich die russische Armee am 30. März 2022 aus Budzscher zurück. Am 31. März meldet der Bürgermeister der Stadt glücklich die Befreiung. Es ist keine Rede von Leichen. Also er ist überschwänglich freudig. So ein Verhalten erscheint ausgeschlossen, wenn es einen Massaker gegeben hätte. Am 2. April rückt die Polizei in die Stadt ein, spricht mit Passanten und filmt das Ganze. Es sind keine Leichen zu sehen. Ein pro-ukranischer Blogger filmt ebenfalls ausführlich die Stadt, um die Schäden zu dokumentieren. Es sind keine Leichen zu sehen. Das heißt, wir haben jetzt hier drei klare Hinweise darauf, dass es keinen Massaker gegeben hat. Dazu kommt die Meldung aus ukrainischen Medien, dass am 2. April eine Säuberungsaktion durchgeführt werden soll gegen Komplizen Russlands. Am 3. April wird dann das Massaker verkündet. Der pro-ukrainische Blogger, der seine Aufnahmen erst am 4. April veröffentlicht hat, anscheinend hat er das mit dem Massaker nicht überrissen, was das bedeutet, dass jetzt natürlich sein Video dazu nicht passt, er liefert am 6. April eine Skizze nach, in der er die Leichen markiert, die da gewesen sein sollen, die er aber nicht gefilmt hat. Was natürlich wenig glaubwürdig erscheint. Ein weiterer Hinweis sind die Reaktionen von Ursula von der Leyen und Selenskyj, die nach der Besichtigung des Massakers auf Fotos freudestrahlend zu sehen sind, was nicht dazu passt, dass man zuvor so etwas betrachtet hat. Selbst bei Politiker nicht, die in vielem routiniert sind. so ein Vorfall ist keine Routine. Und wenn man das dargelegt hat, das kann man wirklich mit wenigen Worten darlegen, dann kann man feststellen, dass diese Fakten, die man präsentiert hat, dass es Aufgabe der Öffentlich-Rechtlichen und der großen Medien gewesen wäre, diese einfachen, klaren Fakten der Öffentlichkeit nahezulegen. Und da das nicht geschehen ist, ist offensichtlich, dass die großen Medien einen Kartell bilden und täuschen. Und die können nichts machen. Also wenn man so etwas sagt, oder wenn man andere, andere krasse Sachen erzählt, wie dass die Ukraine nach 2014 ein faschistisches Nazi-Regime ist, was allein belegbar ist durch unzählige Fotos von Offiziellen mit Soldaten mit Nazi-Symbolen auf der Brust. Oder dass Soldaten tätowiert sind oder dass das Asob-Bataillon integriert wurde. Ein Nazi-Regime ist ein Regime, das neonazistische Bestrebungen fördert und sie nicht verhindert. Und das ist bei der Ukraine seit 2014 gegeben. Außerdem kann man klar benennen, dass ein Genozid stattgefunden hat seit 2014, in dem durch Artilleriebeschuss Zivilisten gezielt ermordet wurden. Man erklärt hier auch gezielt, dass es sich um einen Genozid handelt, weil es ein Genozid ist, per Definition. Auch wenn es in Anführungszeichen nur ein paar tausend Leute sind. Und wenn man diese Fakten benennt, das sitzt. Und die großen Medien, sie können nichts machen. Denn die Demokratie hier funktioniert, bis darauf, dass die großen Medien ein Kartell bilden. Aber auch die Justiz in weiten Teilen, es funktioniert alles. Das Problem hierzulande, weshalb die Demokratie nicht funktioniert, es sind allein die großen Medien. Und warum auch immer, seit 2022 oder auch schon vorher, weder die AfD noch BSW, sie kriegen es alle nicht hin, das mal zu sagen. Was sehr traurig ist. die Offiziellen, die Parteivorsitzenden, sie haben wirklich eine große Chance oder eine große Verantwortung. Und es liegt an ihnen, wie es in Deutschland und Europa weitergeht. Und so wie sie es jetzt machen, ist es zu wenig. Sie müssten sich viel besser informieren. Wir haben hier mit Thomas Rüpper wirklich einen Engel, der seine ganze Zeit opfert, um diese Information zusammenzutragen und leicht zugänglich zu machen. Und das müsste man auch nutzen, aus meiner Sicht. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.